Herr Lorenz ist einmal wieder nicht gekommen, wie gesagt hat, dass er kommt. Ja gut, Schatz. Wolltest du nicht ohne Mühe anfangen, oder? Ja sicher. Willst du mir helfen? Logisch. Dann probieren wir. Lass uns noch mal hin, wenn wir heute noch nicht selber schaffen. Jetzt schauen wir mal. Ha, hast du es gut gemacht, super. Gut hast du es gemacht. Gut hast du es gemacht, jetzt hast du ein Bierli verdient.